Und damit herzlich willkommen! 176.000 Räume, JA! 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 Ich will sterben! Huiiii! Oh, hey, da stirbt man nicht! Hilfe! LOL Warte, müssen wir da sogar hin? Das ist Raum 3, oder? Ja! Was? Okay, und damit herzlich willkommen zurück zu Portal 2 mit Flo! Hallo! Und... Wow, ich wollt grad sagen, da steht, wie viele Portale wir platziert haben. Aber jetzt steht da was anderes. Umarmungen! Äh, ich würd dich gerne umarmen, wie geht das? Äh, warte, da geht das, aber ich weiß nicht wie. Ich kann meine Maus nicht. Ich hab dasselbe wie du damals, ich kann meine Maus-Dings nicht machen, Ding. Ja... Ich kann nicht, ich kann das Zeug nicht machen. Wie öffnet man das? Ah, okay, mit Kuh. Kuh, hi! Ähm, ähm... Ich kann nicht mehr in diesen Teilen herumswitchen. Was? Äh... Was ist grad passiert? Ich hab unten rechts sein Bildschirm gesehen, ohne Tab gedrückt zu haben. Jetzt drück ich Tab. Ja... Tab, 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 tab. ich will auch okay die leute kennt der spielung nicht schau mal das sieht lustig oder kann ich von hier aus die wände treffen ja echt wundervoll man kennt nicht mal welche wände weiß sind das ist voll nett wir haben es wenigstens endlich mal einen blick nach draußen da hast du es gedrückt oder so ich habe so einen drang einfach das noch mal zu machen aber ich mache es nicht wenn du mausrat klicks da kannst du so heranzoomen ohne c halten ist schon unten okay perfekt warte die wand lila muss ich platzieren du musst genau und da oben hinter dir über das war echt nicht mal so schwer einfach in der mitte dann mache ich das portal darunter das ding ist halt ich komme jetzt nicht hoch weil wenn ich hoch springe gerade nicht dagegen und wenn ich nicht dagegen dann verschwinden meine portale wegen diesem feld da oben ich schaue nur gerade was ich kann jetzt hier hin du könntest das war echt nicht so schlau du kannst dort eins und genau darunter wäre schlauer wenn wenn das geht kannst du aus irgendeinem winkel darunter das portal setzen warte warte mach nochmal das sieht so geil aus geh du mal unter mich so genial okay ich hab die idee springen in der mitte nach oben und sagt wenn du oben bist ich bin oben echt komplex oder komplex wir brauchen von der unten ein ding wir haben wir haben nur versucht hochzukommen ohne überhaupt irgendwas irgendwie eine aufgabe gesehen zu haben da oben ist ein kreis ich weiß nicht was bedeutet hier müssen wir hin warte mal warte kurz okay kann kannst du das machen was ich vor bei dir gemacht hat dieses ich springe hoch und du machst in der mitte das portal ja mach ich warte hier eins hin und perfekt weil wir müssen hier warte man kann durch portale ja durchgehen ja okay warte jetzt muss ich das ist echt komplex so ist nicht dein ernst wie bin ich da okay du musst nur dein portal erneuern wenn ich oben bin ich bin nicht zum knopf herangekommen da bin ich halt gesprungen diese kleine schlitz einfach da ist eine unsichtbare wand ich kann da nicht hin so du musst jetzt sein portal hier hin und hier unten irgendwohin machen okay du hast geschafft ich bleibe dazu unfähig okay wir haben ein problem wenn wir verkacken müssen wir den ball jedes mal wiederholen wenn ich in die höhe spring und hier oben gedanken hat dann mach bitte unter mir unter mir dein rotes portal okay so und jetzt sind wir beide hier und haben den ball ich gebe euch einen tipp es ist die eine sache die ihr nicht könnt ich hoffe diese alten test könnten mir wieder ein wenig freude bereiten doch selbst euer angestrengtes versagen beglückt mich nicht hier steht was man in der wir alles ist dass man kann ertrinken und wir müssen durch die mit fortale brücken machen und jetzt ich habe keine ahnung wir sind noch weiter oben aber wir sind auch gar keine flächen oder irgendwie nicht kannst du es nicht weil würdest du uns doch weiter hoch bringen dann könnt mich hier oben einfach gehen einfach gehen hey aber was sollen wir machen ich weiß es echt nicht das nicht hä wo bist du hin ich hab man ich hab alle gemacht wohin denn äh da und da ja ich hab gesagt ich sehe keine weiße fläche und du sagst ja ich auch nicht dann machst du ein portal ja ich sehe keine nützliche die bringt uns nichts okay doch tut sie hä fix mach da dein rotes portal hin ja dann sterben wir alle ja echt unfassbar dieser tod war so grauenvoll ähm so jetzt hier kommt durch oder du stirbst das ist ja voll viel zu machen und jetzt müssen wir uns hier hoch bauen hier hoch bauen nicht nein nicht nicht ach so ja gut stimmt das geht ja auch ich dachte gerade was äh okay mein portal ist grad schwarz geworden aber ich hab den OBS noch gesehen hä 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 ach so dein portal ich dachte der portal ist schwarz geworden in diesem test nicht dass das wichtig wäre also glückwunsch zur bewältigung der aufgabe yeah einer meiner besten tests und die lassen hier pflanzen wachsen unfassbar man kann pflanzen nicht testen wir haben es versucht sie halten alles aus und zeigen weder schmerz noch furcht unwissenschaftlich als ob ich es geschafft hab Flo ich hab es geschafft das portal hier um die ecke zu schiessen von da da her ja easy win würde ich sagen äh kann ich näher ran hallo Knopf ich hab wieder angst vor dem ne die sterben sind die portale weg und du bist auch tot probier du lieber okay ähm dann mach ich mein portal jetzt einfach warte geil und dann fang ich ihn nein nicht zu schnell ja ja bali und jetzt wo müssen wir hin da 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 äh ne eigentlich da ne da kann man nicht hin mei ne also da ist die Fläche meine ich lass mich vorbei lass mich vorbei ich lass mich vorbei das sah halt so komisch aus ich hab bei mir den Ball in dich reingedrückt aber dein Kopf ist ja sowieso ein Ball und das war halt einfach das hat's einfach größeren Kopf äh lol da ist was passiert ich glaub so ich kann den so ins wasser token ich kann den gar nicht mal so viel nach unten machen traurig wow free sexy wow das sah halt voll cool aus mir sah es einfach nur dumm aus kamma neuer Raum Wasser wuuu lande da drauf wie du weißt nicht ok äh ah ich verstehe nicht wie ihm zu helfen soll aber du kannst mit meinen Fall stoppen ja au ja ja äh insofern kann es uns helfen dass wir hier eine Brücke hin machen du machst hier ein Portal hin und hier oben und dann fallen wir auf die Brücke das wird nicht funktionieren so wirst du sterben oh lol es wird doch funktionieren vergiss es hallo äh äh ich hab die Idee warte ähm so jetzt müssen wir uns noch hoch bauen wir haben so ist es sicher geworden das reicht schon Emión die Brücke hhh dendr dde dd 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 dvd dd 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 dvd dd 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 dmvd damit die menschen mit sich zufrieden sind ja gewonnen was ich habe gewonnen ich habe es geschafft ich hier hoch zu bringen unabsichtlich perfekt let's go warte was ich hab nicht realisiert dass wir da hoch müssen ich war so verwirrt so wie plötzlich in dem anderen raum sind aber ich weiß nicht wo wir jetzt hin müssen es ist so fach oh mein gott war es schrecklich okay das war es noch nicht wir sind wieder da wo wir vorhin waren oder wir sind jetzt über dem letzten rätsel doch kann man kann man man kann ja da unten macht sauer aber nicht es war in diesem Moment, dass er sich wusste, dass er sich verletzt hat nein, oh mein gott, was tust du? oh mein gott ich sage das doch voll cool, nichts für mich und dann ziehst du einfach mein Portal weg okay warte ich pass dir einfach du kannst durch das da schau mal ich weiß nicht wo du sportst ach da, ja schau okay äh 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 geh hier durch, geh hier durch ich versuch etwas ähm so und jetzt platziere hier ein anderes Portal das andere das andere wow Flo so perfekt jetzt kannst du durch jetzt äh musst du von hier oben einfach nur hier nein dann ist die Brücke weg ich kann auch nichts platzieren sonst ist die Brücke weg kannst du irgendwo hin ähm nein cool alles gut bei dir Flo mhm ich muss kurz essen gehen nein nicht in der Aufnahme tun wir das nicht an es tut mir leid eine Ewigkeit später ich weiß nicht was wir machen sollen ich weiß wir müssen dort oben hin aber wie ähm hm stimmt wir sind noch bei dem Level okay äh hey du hast doch nicht weiter gespielt nein irgendwie nicht ja theoretisch wenn wir noch ein weiteres aha ähm mach da unten ein Portal hin und da oben eins ah aha okay und jetzt muss ich aber nur mein Portal weg machen wenn wir beide da okay das ist blöd wenn wir beide da stehen okay warte dann geh du erster wenn bereit ja boah okay das Portal ist falsch und man dreht sich wenn man durch geht nein oh das wird schrecklich ich hoffe ich stehe richtig Alter Glückwunsch Glückwunsch der Erfolg bei diesem Testbeweis dass die Menschen Unrecht hatten sie hielten ihn für undurchführbar tödlich grausam und ein Testsubjekt bezeichnete ihn sogar als defekt natürlich hatten die Menschen stets nur eine einzige Chance während ihr es immer wieder versuchen könnt die menschlichen Testsubjekte forderten für den nächsten Test Helme um Hirnverletzungen vorzubeugen ich wählte die Kosten günstiger auf die Schmerze zack 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 nein Mann das ist gemein okay so und jetzt so au yay Mann ich komme hier nicht mehr weg okay danke äh 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 was sollen wir machen vermutlich wir sollen da hoch komm ich muss es wieder schaffen easy ich weiß echt nicht ob das so gewollt ist nein wieso hast du das Partei weg gemacht lol haha stopp in meiner Ansicht oh ok ja gut boah schade ähm ja aber komm mal her mach das wieder bitte mach das her äh ja das ist gerade falsch nicht so mach ja danke äh zack Mann mh hey alter du bist fast runtergefallen gar nicht na weil ich muss dir sagen dass du fast runtergefallen bist hey hä hey okay ich glaube echt dass wir dadurch dass ich andauernd so seltsame Winkel nehmen um meine Portale zu platzieren teile auslassen ähm tschüss wo bist du hin weg ok warte ich mach etwas oh äh ich dachte da ist Boden stimmt die Brücke bräuchst du mir hier bitte hier bitte kannst du die Brücke dahin machen ok ui äh ah so ui keine Ahnung wohin aber das ist voll gemein achso Leute stimmt die Portale sind dann einfach weg ähm kannst du irgendwie machen dass ich zu dir komme indem du das gelbe Portal dahin setzt ähm dann geh ich hier durch das gelbe Portal hindurch dann setzt du das gelbe Portal hin da wo es grad eben war dann geh ich wieder hindurch und jetzt hab ich hier kurz ich weiß keine Ahnung ich hab keine Ahnung wo wir überhaupt hinwollen ich hab die ganze Zeit nur das gemacht wonach es aussieht und nein jetzt kannst du wieder nicht ja du musst es richtig auch noch einmal machen und jetzt solltest du dich zu mir schießen können yeah aber yeah ich wollte dich abfangen damit alles noch aufregender wird warte ich dir der Montageeinheit euch nicht neu zu montieren sie lehnte an verständlich es wäre als würde man mich bitten mit dem Testen aufzuhören es wäre dennoch aufregend gewesen ok lasst uns jetzt das Brückenbauen üben die Menschen hatten hier tausende Ergebnisse vor allem weil man mit Tränen keine Brücken bauten geht's dir gut man Leute wie das aussieht ähm scheiße wo bin ich was Leute wow ich will dich verteilen oh nein nein äh ja geh durch geh durch doch warte geh durch und ich mach schnell das Dings dann hin hab ich dich getötet ich glaub schon ich hab den Plan Flo mach dein Portal hier hin und hier hin so wenn wir jetzt auf der Seite von dem reingehen dann ach geht auch nicht warte dann machs hier hin nein nein das andere nein das andere ja ohne jetzt nein ja genau doch passt schon wieso kann ich jetzt da nicht durch hä wieso kann man auf der einen Seite durch auf der anderen Seite nicht äh 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 das Level ist cool glaubst du den Durchlaufen funktioniert? ich weiß es nicht nicht wooo nein wir müssen nicht ständig versagen ja ich hab die Idee ich hab die Idee du musst dein Portal genau das ging jetzt schnell hallo hallo ja die haben mich getrotzt die können mich treffen die können uns auch treffen pass auf nicht zu weit nicht zu weit geh zurück warte mal genau mhm 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 zu ganz hat das jetzt nicht funktioniert oh Flo schau mal ich kann zaubern ich schau dich an ok und ich kann hinter mir etwas pingern ok hä Äh... Nee. Hä? Schau mal, ich werde jetzt da etwas pingen, okay? Warte, ich warte, bis das weg ist. Nee, doch nicht. Okay, es sah so aus, es sah so aus, als würde der Pink von dir abprallen. Das sah voll weird aus. Okay. Hallo. Ah. Du musst warten, bis du wieder einschlafen. Hui. Oh, da hat sich was bewegt. Ah. Äh... Ähm... Wir müssen laufen, Flo. Hä? Was machst du? Äh... Ich wollte eigentlich... Äh, gar nicht da. ... die Brille halt andersrum wählen. Danke. So, dass meins rechts ist und deins... ...hier. Ah. Ach komm. Ja, wie kommen wir an den Knopf? Ja. Okay, ähm... Du gehst dorthin, du gehst dorthin, du gehst dorthin nach hinten hin. Und du schaltest das ganz kurz aus und dann, äh, wenn ich wieder auf der Fläche bin, wieder an, okay? Okay. Hä? Wenn denn sie eingeschlafen sind. Warte mal. Ich glaub, die wollen nicht schlafen. Ähm... Ich glaub, die... Warte... Sneak vielleicht... Okay, du gehst dorthin. Okay, die wollen nicht. Äh... Wenn ich jetzt sag, machst du's weg und wenn ich nochmal jetzt sag, machst du's hin, okay? Mhm. Jetzt. Ja! Äh, hä? Was hast du getan? Ach so! Das war ja dann hinter mir, lol. Und wieso war meine... Der Ball, nein! Ah, okay. Echt jetzt? Haben wir's... Haben wir's verkackt? Ja... Okay. Äh, mach dein Portal aber dahin, weil du hast grad die Fläche weggemacht. Das hat mich verwirrt. Ja, ich... Ich hab's eh dahin gemacht, aber irgendwie... Mein Portal ist so fett oder so, ich weiß nicht. Ah, okay. Egal. Jetzt. Ah, lol. Warte. Ja, okay. Warte. Jetzt, 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 jetzt! Oh mein Gott. Hilfe! Oh, das ist ja ganz so süßes, als der Ball in der drinnen war. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin nicht da. Oh, warte mal. Ich seh... Warte. Ich seh halt eh deine Sicht. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ähm. Flo. Ich bin zu jung zum Sterben. Aber ich kann mich nicht bewegen. Flo. Warte. Schau mich an. Hä? Bei mir seh ich ganz normal aus. Außer, dass ich nicht da bin. Ich dachte, der Ball ist in mir. Schau mal nach unten. Oh, lol. Jetzt, ja. Ähm. Oh, wie süß. Ich bin nicht da. Vor allem, du hast da, da ist jetzt so'n, so'ne Kugel, ich könnte das Auge sehen. Kuckuck. Okay. Mach's weg. Wir sind aber zu gut. Oh, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse dieser Test geliefert hat. Jetzt ist er nutzlos. Falls ihr euch über den Beruf wundert, so riecht menschliche Angst. Sieben von acht, Flo. Oh, oh. Alos kann riechen. Okay. Damit beenden wir den Part. Mit unserem kleinen Freund, der einfach beim Schlafen gehen, DOOD macht. Ich geh jetzt schlafen. DOOD. Schau mal. So, so'n kleines Kind. Ich geh jetzt schlafen, Mami. DOOD. Ja, egal. Ähm. Lo. Okay. Ja, aber das war's jetzt. Vielen Dank fürs Zusehen! Schaut mit Flo vorbei, der macht die Video am selben Kanal immer noch. Unfassbar, wann der endlich geht. Du siehst in der Hocke echt seltsam aus, weil du so lange Oberschenkel, Knochen, Gelenk, Hinterteile hast. Keine Ahnung. Tschüss. Tschüss. Liken, kommentieren, abonnieren. Trotzdem tschüss. Ich bin weg.